Ich bin immer noch hier auf der Globe für euch, live vor Ort, jetzt hier beim Meet & Greet Stand. Guckt mal, wer da steht. Ich guck mal, ob die drei Herrschaften hier noch stehen können. Hallo! Wie geht es euch denn jetzt hier? So schön, alle zu trennen. Wie lebt ihr hier schon? Das geht. Man kann noch alle umarmen, ja? Hier bei der Globe, natürlich, es gibt viele Fans, die wollen ihre Stars einmal umarmen. Hey, ich hatte meine zwei Sätze und jetzt geht es weiter. Bleibt dran! So schön! So schön! So schön! So schön! So schön! So schön!